Heyho, hier ist wieder euer ByteKrieger und es geht weiter mit Let's Play Zelda Twilight Princess. Wir haben im letzten Part den Schlüssel gefunden und mit dem Schlüssel können wir jetzt ins Schloss rein. Beziehungsweise da rein. Aber ich bin ja mal gespannt, was dahinter wartet. Eine große Halle. Und neue Feinde. Da wollen wir doch mal als Wallfighter machen. Alle auf einen Streik. Naja, fast. Naja, das bedarf noch etwas der Übung. Kommt noch mehr. Noch einer. Waren das jetzt alle? So, oder kommt noch mehr? Nö, das waren alle. Das sieht doch schon mal wunderbar aus. Ah, jetzt sieht es auch ein bisschen schöner aus. Und da kommt eine Kiste. Noch wird so eine blaue. Mal sehen, was da drinnen ist. Erstmal machen wir uns wieder zum Menschen. Damit sind wir ein bisschen besser unterwegs. Wo ich mir jetzt schon wünschen würde, dass hier ein paar mehr, ein paar mehr Rügel sind mit Herzen drin und so. Das wäre schon ziemlich cool. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Wir könnten als Wolf da vielleicht mal schauen, ob wir da irgendwie hochjumpen können. Aber es sieht mehr verdächtig danach aus. Und? Und, und, und? Nö, leider nicht. Dachte ich schon, wir könnten da irgendwie hochjumpen. Okay, dann nicht. Dann nicht. Aber es gibt bestimmt noch eine andere Möglichkeit. Können wir mit den Haken da hoch? Ja, können wir. So, und die Schuhe rüsten wir auch mal aus. Okay. Okay, die Schuhe brauchen wir nicht. Aber wir können jetzt hier quasi von Kronleuchte zu Kronleuchte springen. Ah, okay. Das sind aber noch keine. Sind leider noch keine da. Aber da oben ist eine. Ähm. Okay. Möchtest du? Ah, die Plattform ist dafür da, dass ich mich da hochhangeln kann. Um die Höhe auszugleichen. Naja. Und wir haben den Kompass. Das heißt aber auch wieder, dass das ein Dungeon hier wird. Und ich vermute mal kein einfacher. Ähm, wir können jetzt da hoch oder darüber. Versuch mal da hoch zu kommen. Geht nicht. Können hier hoch. Können wir von hier auf. Von hier drüben darüber. Ach, da sind eh noch Gitter an die Wände. Dann bringt uns das im Moment sowieso nichts. Gehen wir lieber da lang, wo wir lang können. Und das ist hier. Ah, doch nicht. Bisschen abwärts. Oh, und runter mit uns. Oh oh. Kerzen, komm. Kerzen. Oh. Okay. 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 Wie kriegen wir den da an? Okay. So wird das nichts. Können wir vielleicht... Ja. Nö. Was für ein Typ. Der hat es aber richtig drauf. Das muss ich ihm lassen. Merk schon. Ich merk schon, der wird schwierig. Die Frage ist, wie kriegen wir ihn trotzdem? Das bringt nichts. Wir sollten auch nicht gegen die Portale hier laufen. Oder die Wände. Gegen diese Energiewende. Vielleicht können wir ihn dagegen schleudern oder so. Ich habe noch eine Idee. Vielleicht mit dem Morgenstern. Auf. Hm. Ah, wir müssen ihn nur im perfekten Moment erwischen. Dann ist es gar nicht mal so schwer. Aber jetzt wirft er auch noch sein Schwert. Nee. Komm, Junge. Muss das sein? Okay. Und drauf. Und rein ins Bein. Das war schon ein schwererer Gegner. Hoffentlich gibt es dafür auch ein Herzteil. Ich bin mal gespannt, ob wir eins kriegen. Okay. Und hier können wir was auffüllen? Lampe? Hier können wir unsere Lampe füllen. Gibt es da noch ein Pass? Ah, hier müssen wir dann anzünden. Okay. Vermutlich, weil wir brauchen hier Lampe. Vielleicht nehme ich gleich ein bisschen mehr mit, weil nachfüllen kann ich immer noch. Beziehungsweise umfüllen. Und was anderes reinfüllen. Aber die Lampe mache ich erst mal voll. Und die Flaschen auch. Schaden wird es auf jeden Fall nicht. So, jetzt müsste ich nur noch hier wieder wechseln. Hm, was legen wir denn da oben drauf? Morgenstern? Damit können wir die Dinger hier noch beseitigen. Oh, so eine Miserate. Weil sowas muss man immer aufpassen. Könnten nämlich versteckte Sachen sein. Was machen die lieben Entwickler? Gerne sowas. Aber da war nichts drin. Da oben sind auch noch zwei. Vielleicht ist da was drin. Und da müssen wir eventuell mal die Lampe benutzen. So. Klar, ob wir da jetzt schon hoch können. Ähm. Ach, sowas dachte ich mir schon. Ähm. Ist da irgendwo noch eine Fackel? Ähm. Jetzt sind drei Stück da. Muss ich eventuell wieder eine ausmachen? Ich glaube, die war schon an. Ja. Oh. Das war aber leider trotzdem falsch. Denn wir müssen draufstehen. Beziehungsweise wir müssen uns beeilen, wenn es dann soweit ist. Dann machen wir das Ganze jetzt mal anders. Da werde ich einmal so, einmal so, einmal so. Und dann zweimal so. Dann können wir nämlich direkt drauf springen. Jo. Und wir sind oben. Und es gibt ein... Einmal 50 Rubine. Ja, Rubine sind wir jetzt eh knapp bei Kasse inzwischen. Da bin ich ganz dankbar drin. Ja. Ist da noch was drin? Das gibt's ja nicht. Da ist noch gar nichts drin. Wir können einmal nach rechts und einmal nach links. Sieht wahrscheinlich beides gleich aus. Ich werde jetzt mal nach rechts gehen. Und weg mit der Rüssi. Über ein paar Herzen wäre ich ja auch schon froh, wenn ein paar Herzen draus kommen würden. Oh, da haben wir Packeln. Ich mach erst mal die Dinge hier nach Verrückt. So kriegen wir den nämlich nicht kaputt. Da müssen wir immer den Mordenstern nähern. So, und eine ist noch übrig. Hm. Ein paar Rubine oder Herzen hätte ich ihr ruhig geben können. Hm. Also da kommen wir noch nicht durch. Also, was machen wir? Wir zünden die Fackeln an, richtig? Und die Fledermäuse müssen natürlich auch wieder lerven. Ganze Herde. Wäre wahrscheinlich mit dem Rundumiki besser gegangen. Und was ist jetzt passiert? Gar nichts. Hm. Euer Ernst? Müssen wir die anzünden ohne auf den Teppich zu steigen? Kann es sein? Das ist dann einfach zu langsam. Das könnte natürlich auch sein. Hm. Viel fällt mir gar nicht mehr ein. Wir könnten die noch ausmachen. Nö, auch nicht. Ist Rätselslösung. Vielleicht brauchen wir dann noch irgendwie ein Dungeon-Item oder so. Dass wir die alle simultan anzünden können. Irgendwie sowas. Oder ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob im anderen Raum das Ganze genauso ist. Weil wenn nicht, dann nehmen wir erst bei den anderen Raum. Oh, ein paar Pfeile noch. Warum nicht? Ja, ich glaube, hier kommen wir weiter. Oh nein. Da haben wir wieder unsere ganz beliebten Krokodiekrieger. Da werde ich... Soll ich gleich mal mit Bombe... Versuch mal mit Bombe... Versuch mal mit Bombe... So, und... Jo, Problem erledigt. Allerdings... Kommen wir draußen nicht weiter hier. Okay. Aber hier gibt es ja auch nichts mehr. Mir würde jetzt zumindest nichts einfallen. Wie man hier weiterkommen könnte. Hier geht es halt einfach wirklich nicht weiter. Da können wir noch eher in den anderen Raum, bevor wir hier rein können. Da fällt gerade noch was ein, was ich ausprobieren wollte. Ne, die kann man nicht steuern. Gerade eigentlich. Wäre lustig gewesen. So, dann müssen wir doch des Rätsels Lösung hier lösen. Ja, gut. Da bräuchten wir Brandbomben. Das wäre natürlich was Ideales. Moment, ich schaue mal als Wolf. Vielleicht sehen wir hier als Wolf irgendwas, was man so nicht sehen würde. Okay, okay, okay. Aber hier ist ja auch nichts. Hm. Wieder zurück. Das bringt's ja nichts. Vielleicht muss man eine bestimmte Reihenfolge machen von den Dingen. So, da steht aber auch nichts dran oder so. Moment, Moment. Es geht mir eh gleich das Lampenöl aus. Erstmal Gemetzel hier. Alle sind ja schon extremst nervig. Müssen wir schon wieder Öl nachfüllen? Nein, mein Herz. Wo willst du denn hin? Hier gibt's aber auch nichts mehr zum Durchgraben irgendwo oder so. Zumindest sehe ich hier nix. Eigentlich bleibt ja nur das mit der Fackel. Ah, ich war so zeitlich nicht ganz perfekt. Ah, das auch nicht. Ich mach' hier wahrscheinlich die größten Schmarrn und ihr lacht mich alle aus. Nee. Aber mir fällt halt echt nichts anderes mehr ein, was man hier machen könnte. Okay. Hm. Na, wenn mir hier schon nix einfällt, dann gehen wir nochmal runter. Vielleicht gibt's da noch irgendwas. Aber das werden wir gleich sehen. Hier ist auch nix mehr, aber das war irgendwo ne Geheimwand. Nö. Da kann ich die Lappi schon wieder auffüllen. Die Flasche auch nochmal. Mal sehen. Weil ohne, dass wir hier weiterkommen, sieht's tatsächlich eher schlecht aus für uns. Hier ist auch nix aufgegangen. Da ist noch offen. Gehen wir mal drüber. Ah, da ist aber eine verletzte Tür. Oh man, was mach' ich, ne? Bringt das hier was, die Dinger auszumachen? Geht gar nicht erst. Erstmal da hoch. Da drüben ist eine Kiste. Da drüben ist eine Kiste. Dann vermute ich mal, dass wir da noch nicht waren. Aber wir müssen uns da erstmal irgendwie rüberhangen. Ja, den Zug kommen wir nicht rüber. Bei aller Liebe, das bringt nix. Hier? Auch nicht? Von der anderen Seite vielleicht rüber, äh, durch abseilen, hier runter und dann hoch. Das könnte funktionieren. So, dann müssen wir erst mal auf diesen hier. Na? Bisschen runter müssen wir immer. Und auf diesen. Die Kiste da drüben. Ja, wir kommen an keinen von beiden ran. Das sei denn, wir sind da drüben. Vielleicht. Da waren wir doch gerade. Macht jetzt für mich irgendwie keinen Sinn. Immer noch nicht. Nö. Moment. Ah, geht auch nicht. Aber da können wir wenigstens wieder ein paar Krüge absahnen. Da geht's nur wieder raus. Ah, so war das Ganze nicht geplant. Bisschen runter. Danke. Und hopp. Jetzt sind wir schon mal hier drüben. Da waren wir jetzt schon öfter. Ah, hat man halt echt keine Chance, dass man irgendwo hinkommt, wo man noch nicht war. Hm. Ich glaube, da werden wir alle mit guten Ziehern nicht rüberkommen. Nö. Haben wir ihn vergessen. Aber wirklich. Wir gehen einfach mal da wieder lang. Ja, das war schon hier. Wir können halt wirklich nur oben raus. Boah, anders ist uns der Weg einfach versperrt. Hm. So. Komm, geh aus. Ach, können wir uns Lampenöl auch greifen. Nein, ich dachte schon. Da waren wir zu langsam. Da waren wir zu langsam. Eigentlich kann ich doch drauf springen, sobald ich den Pumerang geschickt habe, fällt mir gerade ein. Das ist ja schwachsinnig, wenn ich da drauf warte. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Es sind eigentlich beide Wege im Moment ein bisschen gleich mies, weil ich nicht weiß, wie wir hier weiterkommen. Ich werde das natürlich jetzt noch ein bisschen ausprobieren. Aber na ja. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich zieht. Ich ziehe dir dann wieder im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wieder einschalten. Das ist so das für heute. Ich habe mir einen Rücken. Wir haben einen Rücken. Ich habe mich gemacht. Ich habe einen Rücken. ein Rücken.